Der Admiral schickt der Corbus Bomber hinterher. Die müssen erst an uns vorbei. Schalten wir sie aus. Ja, Commander. Das ist eine neue Mission, was ich gerade spiele. Bomber wird zeitigt. Noch nicht. Eine weitere Staffel ist zu uns unterwegs. Trima hin. Mach's gut, Ruth. Nein. Eine Sekunde zu spät gedrückt. Okay, ich glaube, ich bleibe etwas weiter hinten. Oh, schnell weiter. Er ist wenigstens gut gespeichert. Er ist wenigstens gut gespeichert. Einer weniger. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Und noch einer weniger. Wer ist der Nächste? Wir haben noch eine Teichstapel in Anführung, aber da stimmt was nicht. Ich habe direkt einen Kurs auf Sie. Hallo, Aiden. Hask. Ich wusste, Sie würden die Gelegenheit schützen. Alter, was? Junge Mann. Warum ist denn das nie vorher passiert? Aber schnell raus hier. Das ist das Ende, Aiden. Für Sie und Ihre neue Republik. Nein. Sie stehen auf der falschen Seite der Geschichte. Hä? Wie soll ich denn da ausweichen? Nein. Das ist das Ende, Aiden. Für Sie und Ihre neue Republik. Nein. Sie stehen auf der falschen Seite der Geschichte. Boah, Alter. Jetzt muss ich mich mal aufrecht hinsetzen. Sehr schwer. Muss wahrscheinlich geschnitten werden. Das ist das Ende, Aiden. Für Sie und Ihre neue Republik. Nein. Sie stehen auf der falschen Seite der Geschichte. Haben Sie mich selbst gefunden oder schickt Sie meinen Vater? Wäre eins davon, Schmerzhafte? Nein. Ich will nur wissen, wer mich mehr hasst. Der Admiral hat die Suche befunden. Ihre Angriffe auf Bespin und Salastan liegen schwer getroffen. Und Sie waren bestimmt hoch erst folgen. Kann ich meinem kommandierenden Offizier den Befehl verweigern? Ich wollte nicht Ihre Feinde bleiben. Dann hätten Sie sich nicht vom Imperium abwenden sollen. Ich musste nur handeln. Tut mir leid. Mir nicht. Sie sind eine Verräterin. Sie verdienen den Tod. Warum ist der so stark? Die Hauptsache, ich bleibe immer hinter dem. Nein. Oh nein! Ach so, wenn man was ballert, muss ich das halt abbekommen. Ich darf halt nicht... Na endlich, Alter. Commander, hören Sie mich. Iden, ist alles okay? Ich bin okay. Schauen Sie sich um, es ist fast vorbei. Noch nicht. Bring die Kabel in Sicherheit. Ich werde das hier beenden. Ich hole mir meinen... Iden, er ist das nicht wert. Ich muss es versuchen. Jetzt los! Na gut. Rückzug! Gut. Ganz knappes Ding. So. Das war knapp. Iden? Mir geht's gut, Herr. Ich finde einen Weg hinein. Sie und Schreff folgen dem nächsten Notsignal. Iden, nein, auf keinen Fall. Wir kommen und holen dich sofort. Nein, das ist ein Befehl. Wir drücken mal erstmal F1. Okay, okay. Frontkämpfer, bla. Die Scheiße brauche ich eh nicht. Heilung, okay. Ja, okay. Was ist hier los, ey? Das ist zielifiziert. Kannst du mich mal heilen? Schon besser. Kann da ein Update raus, dass das jetzt schwerer ist? Weil ich spiele die ganze Zeit auch schwer, aber irgendwie... ... ... ... Oh, nee. Aber auf leicht ist es immer so... ... ...so leicht halt, ne? Das ist scheiße. Oh, die war schnell hier wieder raus. Das Menü ist ganz gefährlich hier, ey. Was ist das denn? F2. Und noch F2. So scheiße, ey. Die sind die Leute, die sind nicht. Die sind die Leute. Die waren die Leute. Die sind die Leute. Die sind die Leute. Ok, dann nehme ich jetzt mal F2 in die Hand. Ey, das ist wie Klavierspiel, ne? Ey, die sind so mega, ey. So. 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 Schade, dass man sich so ein Jetpack nicht klauen kann. So. 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 Ich brauche Heilung. Ich schulde dir was. So, ich hoffe jetzt bin ich durch. Die habe ich auf jeden Fall noch gewartet. Wir müssen meinen Vater vom Schiff bringen bevor es abstürzt. Ey, wir brauchen einfach eine richtige Waffe, Mann. Fang Sammelabjekt. Wenigstens mal hier... Was anderes außer die Kacke er hat. Was macht der denn mit der drauf? Er ist noch da. Check ihn bitte. Admiral, die Zeit des Imperiums ist gekommen. Geh nicht mit ihm unter. Ja. Ist das ein Rettungsversuch? Ich lehne Duncan da. Wir müssen gehen los. Wrax erwartet auch von mir, dass ich gehe. Aber ich gehöre hierher. Mein Leben gehört dem Imperium. Ich habe dafür gekämpft. Was ist noch davon übrig? Mein Vater, komm mit! Komm bitte! Du hast meine Schwäche erkannt und wurdest nicht davon verschlungen. Das hat dich stark gemacht. Deshalb wirst du mich hier zurücklassen. Du verdienst was Besseres. Nein. Deshalb gehst du ohne mich von dir weg. Du verdienst dein Leben in Frieden. Geh. Überlebe. Lebe. Oh, ich will da jetzt nicht mehr rausgehen. Schieß ihn jetzt ab. Ich muss zu dürfen. Ich muss überlegen. Freude! Verwendung auf. Lebe. Lebe. Ich muss zu dürfen. Ich muss überlegen. Freude! Lebe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist zu still. Aiden, es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Aufhören! Aufhören! Der, äh, Druide sagt mir, dass er lebt. Sieht so aus. Das freut mich. Los, kommt jetzt. Das müsst ihr sehen. Das freut mich. Das freut mich. Das freut mich. Das freut mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020